Es gibt Dinge, die machen das Leben leichter. Wie so ein Klettverschluss hier. Ganz einfach. Bei Classic ist das auch so. Wir haben Einbauspülmaschinen, die ganz einfach zu bedienen sind. Hier einschalten, kurz aufheizen und noch einen Knopf, um das Programm zu starten. Einfach und robust. Bereits bei der Konstruktion machen wir uns bei Classic Gedanken über die Beanspruchung der Bauteile. Da kann nichts kaputt gehen. Sie erwarten Langlebigkeit und problemlosen Betrieb? Genau das bietet Ihnen Classic. Zeit ist Geld. Deswegen ist das Thema Reinigung bei Classic ganz einfach und effizient gelöst. Die Maschine hat überall glatte Flächen. Ruckzuck ist alles sauber. Mit Classic geht Spülen ganz einfach. Classic. Einfach nur spülen.